Liebe Gemeinde, heute nochmals ein Osterchoral, nämlich EG 107. Wir danken dir, Herr Jesu Christ. Der Text handelt vom Dank Christus gegenüber, die Macht des Todes zugunsten des Lebens gebrochen zu haben. Die zweite Strophe ist eine Art Fürbittengebet in eigener Sache, so mein Eindruck. Auch erinnert sie daran, dass auch wir dienen sollen und uns quasi nicht nur bedienen lassen sollten. Ein ausgewogener Mix wäre sicher wie immer gut. In diesem Sinne loben und preisen wir Gottes Dreifaltigkeit auch in der dritten Stufe. Auf Wiedersehen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!